Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am Abend der nächsten langen Ministerpräsidentinnen- und Präsidentenrunde am 21. Dezember. Hier ist der Tag in 5 Minuten bei Radio Essen mit Martin Kels. Und es gibt hier die Ergebnisse aus der Konferenz. Kanzler Olaf Scholz sprach eben von grundlegenden Entscheidungen für die nächste Zeit. Scholz sagt, da türmt sich eine neue Welle des Coronavirus vor uns auf. Durch Omikron, durch die neue Variante, werde die Zahl der Ansteckungen massiv ansteigen. Darauf müsse man sich jetzt vorbereiten. Das sei ja eine Frage von wenigen Wochen. Das Risiko von Nicht-Geimpften steige immer weiter, auch durch die neue Variante Omikron. Die harten Beschränkungen für Ungeimpfte bleiben deswegen erhalten, sagt Scholz. Auch am Arbeitsplatz gilt das weiter so. Es sind für Ungeimpfte nur noch Treffen mit maximal zwei weiteren Menschen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Es dürfen auch höchstens zehn Geimpfte oder genesene Menschen zusammenkommen. Clubs und Diskotheken werden bis auf Weiteres geschlossen. Das ist eine weitere Entscheidung. Großveranstaltungen mit Publikum dürfen nicht mehr stattfinden. Das gilt insbesondere für Fußballspieler. Also es stehen die nächsten Geisterspieler an. Die neuen Maßnahmen in Deutschland werden nach Weihnachten in Kraft gesetzt. Ab dem 28. Dezember, also ab Dienstag. Scholz bittet alle darum, sich gründlich zu testen und damit zumindest etwas über Weihnachten auf Nummer sicher zu gehen. Auch während der Weihnachtstage und zwischen den Jahren soll außerdem die Booster-Kampagne weitergehen und an Fahrt aufnehmen. Hier bei uns in Essen hat es massive Staus heute Nachmittag rund um Frillendorf gegeben. Grund dafür war ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein LKW ist unter die Bahnunterführung an der Elisenstraße Ecke Elisabethstraße gefahren. Dabei ist der aufliegende Container des LKW runtergerissen worden und lag dann quer über alle Fahrbahnen verteilt. Die Straße ist komplett gesperrt worden. Der Bau-Container ist daraufhin mit schwerem Gerät geborgen worden. Laut Polizei ist niemand verletzt worden. Unklar ist, ob der Container selbst noch zu gebrauchen ist. Die Stadt Essen kann aktuell noch nicht genau sagen, wann der neu zugelassene Impfstoff des US-Konzerns Novavax bei uns verimpft werden kann. Das Vakzin ist ein sogenannter Totimpfstoff, weil hier abgetötete Krankheitserreger enthalten sind. Deswegen sind dabei Impfstoff-Skeptiker möglicherweise eher zu einer Impfung bereit. Die Stadt rechnet damit, dass es in den ersten Monaten 2022 die ersten Einsätze gibt. Unterdessen werden auch in Essen neue Todesfälle heute gemeldet. Die Stadt Essen hat zwei weitere Fälle bei über 70-jährigen Menschen bestätigt. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona in Essen auf jetzt 651. Die Impfangebote für Kinder werden bei uns in der Stadt offenbar gut angenommen. Zum Kinderimpftermin in Werden kamen gestern mehr als 560 Kinder. Etwas mehr als zum Start letzten Freitag in Altenessen. Unser Radio-Essen-Stadtreporter ist dabei gewesen und hat auch Eindrücke mitgebracht. Also wir haben nicht diskutiert, aber unsere Eltern meinten, dass wir geimpft werden sollen. Und wir hatten halt auch nichts dagegen. Er wollte auch direkt selber geimpft werden, ja. Wir haben auch gesprochen darüber und haben dann alle zusammen entschieden, dass wir es machen wollen. Also ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm. Man kann sich impfen lassen. Und da ist viel Musik drin. Die Sternsinger bei uns in Essen verlängern ihre Tour wegen Corona quer durch Essen. Das Bistum Essen meldet, dass die Sternsinger-Aktion bis zum 2. Februar ausgeweitet wird. Dadurch sollen die Gruppen laut Bistum in der schwierigen Zeit jetzt mehr Menschen erreichen können. Die Sternsinger sammeln Spenden und schreiben dann den Segen an Haus- und Wohnungstüren. Die Pläne für die medizinische Versorgung im Essener Norden werden etwas ausgeweitet. Die Stadt Essen will im ehemaligen Marienhospital in Altenessen jetzt auch ein Kindergesundheitszentrum einrichten. Da sollen dann nicht nur Kinderärzte arbeiten, sondern auch Mitarbeiter des Sozialdienstes und des Essener Jugendamtes. Außerdem soll der zweite Gesundheitskiosk nicht mehr in Stoppenberg, sondern in Katernberg eingerichtet werden. Das sei der bessere Standort, sagt die Stadt und will bis März den genauen Standort geklärt haben. Die Kliniken in Stoppenberg und Altenessen sind vor einem Jahr geschlossen worden. Seitdem wird über die Gesundheitsversorgung im Essener Norden intensiv diskutiert. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Hier bei uns in Essen ist der Abend trocken, bei Werten um minus zwei Grad in der Stadt. Morgen ist dann immer wieder die Sonne zu sehen. Die Temperaturen am Mittwoch sind dann im Plus, so um die zwei Grad. Der Donnerstag bringt dann sogar so sechs Grad an der Spitze und Sonne ist dabei. Und der Heilige Abend dann sogar bis neun Grad. Achso, das wird nichts mit White Christmas. Soweit der Tag in fünf Minuten hier bei Radio Essen. Wir sind morgen zurück mit den aktuellsten Meldungen hier aus der Stadt ab sechs Uhr im Programm. Und wir hören uns dann morgen wieder hier beim Podcast. Bis später. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.